So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr hier reinschaut zum heutigen Video zu What Do You Meme? Die deutsche Ausgabe, das Partyspiel für Meme-Liebhaber. Auf Englisch heißt es irgendwie Spiel für Millennials, von Millennials oder so. Memes kennt ihr ja vielleicht. Der Begriff ist nicht ganz klar definiert, aber vom Grundprinzip her irgendein Bild, das vielleicht auch bekannt ist irgendwie aus den Medien und das wird dann einfach nochmal in einen anderen Kontext gebracht durch einen Text, der darauf steht, der das Ganze eben halt lustig macht und eigentlich gar nichts oder lustig halt immer im Sinne von Haha, total witzig oder zu hohoho, es ist einfach böse, aber so in der Art halt. Und das machen wir hier dann eben auch in Spielform. Sprich, wir haben hier diese Bildkarten, die halt eben teilweise bekannte Dinge zeigen, die ihr eben auch kennt, wenn ihr halt viel im Internet unterwegs seid, die eben auch teilweise, also schon da hatten wir einen sehr lustigen Text zu, ja einfach bekannt sind oder sowas oder eben auch teilweise nicht. Also wenn ihr euch jetzt natürlich super da auskennt, wenn ihr ganz viel Zeit auf Reddit und so verbringt, dann kennt ihr davon wahrscheinlich schon einiges und auch sowas hier oder sowas auch ganz schön oder hier einfach dieses. Also ich kenne den Großteil davon tatsächlich nicht oder auch hier dann dieser Hund. Und jetzt könnte ich halt sagen, okay, ich hätte gerne zu, also wenn ich halt dran bin und quasi so der Game Master für die Runde bin, dann sagt die Anleitung, die auch wieder sehr locker formuliert ist, dass ich mir aus diesen ganzen Bildern eins raussuchen kann. Fanden wir doof. Wir haben einfach immer drei Bilder gezogen, eins davon ausgesucht, die andere wieder unten drunter getan. Das erhöht den Spielfluss meiner Meinung nach deutlich und man kann das Ding problemlos mit Hausregeln spielen. Und dann gibt es hier halt diese Meme-Karten. Davon hat man, keine Ahnung, ich glaube so sechs, zwei, vier, sechs, ihr hört das mit acht, neun, zehn Karten spielen. Es wird auch gesagt, nach jeder Runde könnt ihr die Karten wegschmeißen, neue ziehen, weil wer ähnliche Spiele dieser Art kennt, Äpfel zu Äpfeln und so, weiß das, mit der Zeit sammeln sich halt die schwachen, langweiligen Karten und dann hat man die und denkt sich, ich würde die gerne alle wegschmeißen. Hier kann man es einfach machen. Das ist gar kein Problem. Und jetzt würde halt sich jeder von seinen Spielern sich seine Karten angucken, wo halt irgendwelche Zitate draufstehen, die teilweise auch einfach so schon lustig sind. Gerade die 18-Plus-Dinger gewinnen relativ oft, weil das meistens so die derbsten, schwärzesten, humorvollsten sind, die auch schon ohne Bild lustig werden. Und jetzt geht es aber darum, okay, wenn ich der Game Master bin, müssen die anderen Spieler halt gucken, was würde Ben vermutlich bei diesem Bild hier lustig finden, würden sich an ihre Karten angucken, hier zum Beispiel, wenn ihr zum ersten Mal vögeln wollt und er fragt, ob sein Kumpel zu gucken darf. Dann können wir jetzt sagen, okay, der Gesichtsausdruck würde schon passen, passt doch nicht so ganz zum Rest des Bildes. Wenn du What-Do-You-Meme spielst und keine Karten hast, würde auch tatsächlich passen. Wenn deine Schwester, lass mich endlich in Ruhe heult, du aber einfach ein nerviges Arschloch bist. Ja, okay. Wenn du in der Öffentlichkeit laut einem Muschifurz ablässt, ja, kann man halt lustig finden oder nicht. Wenn sie dich anfleht, sie tiefer zu penetrieren, du aber schon komplett drin bist. Auch an und für sich ein lustiger Spruch, wenn man auf diese Art von Humor steht, passt jetzt vielleicht auch nicht so gut zum Bild. Wenn deine Freundin vorschlägt, bei dir einzuziehen, wenn du mit einem Pärchen chillst und sie anfangen, heftig zu streiten, sagst du, oh geil, und wenn dir alle am Tisch erzählen, was sie zu Weihnachten bekommen, aber du kein Christ bist. Ja, da würde ich jetzt halt auch überlegen, ich kenne natürlich auch die ganzen Karten schon, weil ich mir die schon in Ruhe schon mal durchgelesen habe, was würde ich vielleicht irgendwie witzig dazu finden. Da würde ich jetzt vielleicht sogar das hier nehmen, wenn du mit einem Pärchen chillst und sie anfangen, heftig zu streiten. Der Spruch an sich ist nicht lustig, aber ich würde jetzt sagen, okay, von meinen ganzen Karten passt der am besten dazu und das würde dann vielleicht derjenige, der die Karte nehmen muss, angenommen, das ist ja jetzt irgendwie Dave oder so, würde das auch witzig finden. Im Normalfall könnte man das Bild auch hier drauf stellen, damit die anderen Leute sich das dann irgendwie toll angucken können. Das ist natürlich auch ganz witzig, so für Internet ist natürlich, oder Kamera, das ist natürlich so im Besser. Und angenommen, das ist ja jetzt irgendwie meine Karte, die anderen Spieler hätten vielleicht auch Karten da reingespielt, die dann gut gepasst hätten oder auch nicht. Manchmal hat man auch einfach gar nichts, das irgendwie nur halbwegs dazu passt, das auch nicht per se lustig ist. Dann spielt man einfach irgendwas und hofft, dass es vielleicht durch Zufall doch gewinnt. Und dann werden einfach die Karten gemischt, damit man nicht weiß, was von wem ist und man nicht die Bilder nach Sympathie verteilt oder aus taktischen Gründen, weil vielleicht sonst irgendwer gewinnen würde. Und dann würde ich die jetzt einfach aufdecken und laut vorlesen. Ich selbst, wenn ich der Game Master bin, würde natürlich keine Karte reinspielen, weil natürlich wäre meine Karte immer die lustigste. Also würde man das aufdecken, wenn es im WM-Finale 0-0 steht und Götz in der Verlängerung ein Tor schießt. Ja, passt irgendwie nur so halb. Wenn du Kondome kaufst und die Kassierin dir Lust dann zuzwingen kann. Und oftmals ist halt so der Spruch nicht so geil, aber manchmal im Kontext mit dem Bild doch schon. Das ist dann, wenn du furzt und ein bisschen Kacke rausläuft. Ja, es ist auch ein Humor, den man teilen kann oder nicht. Würde aber irgendwie zum Bild passen. So, ah, geil, doof. Also je nach Person. Manche würden halt sagen, so, das würde ich in Anführungszeichen, gar nicht gut. Wenn der Typ hinter dir im Unterricht einen Bleistift in deine Arschritze steckt. Oder halt meins, wenn du mit einem Pärchen chillst und sie anfangen, heftig zu streiten. Also ich dürfte jetzt natürlich nichts spielen, aber dass ich ausgewählt hätte, wenn das das Bild von wem anders wäre. Jetzt müsste halt derjenige, der quasi der Game Master in der Runde ist, überlegen. Okay, was findet er an sich lustig? Was findet er im Kontext mit dem Bild lustig? Das wird tatsächlich oftmals vergessen. Und dann könnte es jetzt sein, dass der einfach sagt, das hier. Kann er begründen, warum oder auch nicht. Manchmal ist es irgendwie alles doof. Muss man irgendwie das wählen, was man irgendwie am lustigsten findet oder nicht. Dann bekommt er der Spieler, der diese Karte gelegt hat, dieses Bild. Und wer zuerst drei, fünf, je nachdem, wie lange man das ganze Spiel möchte, so viele Bilder gesammelt hat, der hat dann das Spiel gewonnen. Das heißt, die anderen Karten werden dann auch abgeräumt. Ich kann mir jetzt meine Karten angucken und denken, okay, die sind lustig oder auch nicht. Im Zweifel werfe ich sie jetzt alle ab. Dann kommen hier zwei, vier, sechs, acht neue Karten hin, die jetzt zum Beispiel, wenn man einen Eindruck bekommt von dem Spiel, lauten, oder ich nehme einfach ein neues Bild dazu. Nehmen wir zum Beispiel mal das hier, der gute Barack Obama in so einer Nachdenkerpose. Wenn du in einem wichtigen Meeting sitzt und einen deiner tolle Strategie erklärst, dann ist er nicht vom Chef klingelt und der einfach aufsteht, weggeht und telefoniert. Ja, da er der Chef ist oder war, jetzt so halbwegs lustig. Wenn du im Halbschlaf Auto fährst und dich fragst, wie du es überhaupt ein bisschen nach Hause schaffen sollst, passt auch überhaupt nicht. Wenn du ein Tinder-Match mit deinem Therapeuten hast, wenn du am Donnerstag deine neue Diät anfängst, aber das ganze Wochenende im Vollrauf mit Pizza verbringst. Wenn du im Auto vorne sitzt, aber alles hinten abgeht. Das könnte vielleicht schon eher passen, wenn es nach Mitternacht ist und endlich Tittenwerbung in der Glotze kommt, wenn dein Schipp mitten in der Salze zerbricht oder wenn du heiß auf Feiern bist, aber scheckst, dass du kein Geld, keine Pläne und keine Freunde hast. Das würde ich jetzt persönlich sogar am lustigsten dazu finden. Und wie ihr schon seht, da gibt es, ich weiß gar nicht wie viele Karten, insgesamt 363 von diesen Karten mit unterschiedlichen Texten drauf, die teilweise vielleicht sogar Originalzitate sind. Manchmal auch einfach ausgedacht. Es gibt 73 von diesen Bildkarten, da ist eben halt auch der Putin drauf oder Merkel ist relativ oft dabei. Ja, und wie man sieht, sie ist sehr oft dabei, aber eben manchmal ist auch schon Text auf den Karten drauf. Ich kenne da tatsächlich echt die wenigsten von, aber zu manchen kann man schon wirklich sehr lustige Sachen nehmen, zu anderen nicht. Und das ist eben auch so ein klassisches Spiel, das ist, kann lustig sein, wenn man diesen Humor hat, wenn man da die richtige Runde für hat. Das wäre jetzt ein Spiel, in der Variante würde ich das zu Hause in Cuxhaven natürlich nie spielen. In der Runde mit den lustigen Partystudenten, die das total witzig finden würden, dann wahrscheinlich schon. Oder mit Leuten, die selber ständig so Memes rumschicken, dass man sich jetzt eben seine eigenen kreieren kann. Da kann das ganz gut funktionieren. Ich habe das bisher zweimal gespielt, in eben dafür passenden Runden. Man muss natürlich nicht einfach ein Spiel nehmen und sagen, hier spielst du, sondern auch gucken, mit was für Leuten spiele ich und überlegen, ob denen das gefallen könnte oder eben nicht. Damit kann man mal fürchterlich daneben liegen, mal kann das total gut funktionieren. Und das ist What Do You Meme. Und das ist What Do You Meme. Und das ist What Do You Meme. Und das ist What Do You Meme.